Flexible Unternehmenssteuerung mit IBM Planning Analytics, powered by TM1. Arif ist Controller und soll herausfinden, warum der Deckungsbeitrag seines Arbeitgebers im letzten Jahr rückläufig war. Dazu baut er sich einen Datenwürfel in TM1, denn er möchte das Problem von allen Seiten analysieren. Die Daten für den Würfel sucht er aus unterschiedlichen Vorsystemen und Excel-Dateien zusammen. Sobald er alle Daten in seinem Würfel hat, kann er sofort erkennen, dass der verringerte Deckungsbeitrag durch die seit Juni gestiegenen Herstellkosten in einem der Geschäftsbereiche zustande gekommen ist. Die Geschäftsführung ist begeistert, wie schnell Arif diese Analyse durchführen konnte und beauftragt ihn, eine Prognose für das nächste Jahr zu erstellen. Hierfür erweitert Arif den Betrachtungszeitraum des Datenwürfels. Da er jedoch nicht für alle Produkte die Planzahlen einzeln und manuell eintragen möchte, gibt er prozentuale Erhöhungen für die einzelnen Geschäftsbereiche ein und kann anschließend die Auswirkungen auf die jeweiligen Produkte analysieren. Zwar sehen die neuen Planzahlen gut aus, aber um Überraschungen wie im vergangenen Jahr zu vermeiden, möchte die Geschäftsführung mehr Transparenz. Dazu erweitert Arif den Datenwürfel mit einer weiteren Dimension, um der Geschäftsführung aufzuzeigen, unter welchen Annahmen die Planzahlen zustande gekommen sind. Die HR-Abteilung hat von Arifs erfolgreichem Projekt gehört und möchte eine ähnliche Lösung für die Abbildung ihrer vergangenen und zukünftigen Personalbestände haben. Der Fokus hierfür soll aber nicht auf den Kosten, sondern auf der Personenzahl liegen. Arif lagert daraufhin Daten aus dem ursprünglichen Datenwürfel in einen separaten HR-Datenwürfel aus. Die beiden Würfel werden vollautomatisch in Echtzeit miteinander verbunden. Der Erfolg des Projekts führt dazu, dass immer mehr Mitarbeitende die Zahlen aus dem Würfel sehen und damit arbeiten wollen. Es wird ein flexibles und automatisches Berechtigungsmanagement eingerichtet, sodass jeder Anwender und jede Anwenderin nur die Daten sieht, für die er oder sie berechtigt ist. Ziel ist, dass am Ende alle mitmachen. Die Erfolgsfaktoren von TM1 sind skalierbare Analysen, flexible Planung, performante Simulation, Excel-Integration und webbasierte Dashboards, granulares Berechtigungsmanagement, beliebige Datenquellen durch Python-Integration und modulare Business-Logik.